geredet habe und so. Ich wollte jetzt einfach nur schnell fertig, also fertig werden, schnell zu Stream Clips Germany kommen. Wir gucken jetzt Stream Clips Germany an. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu spät für Among Us, aber kriegen wir alles hin. So, wir wechseln jetzt. Ich habe schon alles vorbereitet. Wir schauen uns jetzt zusammen die neueste Folge Stream Clips Germany an, die heute rauskam. Ich rieche oft an Männern. Heißt die Folge. Ey, ich rieche auch voll gerne an Männern. Wenn die gut riechen, ist es für mich mega geil. Okay, wartet halt, stopp. Ich spiele das Ding jetzt ab und wir gehen da jetzt rein, okay? Let's go. Komm, Stream Clips Germany. Was will kommen im Stream Clips Germany? Eine Bekannte von mir und die haben da noch den Neubau. Das heißt, die kommen regelmäßig zu dem Neubau gucken und jetzt kommt die dahin und sagt einen Tag, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du zu deinem Neubau gehst und guckst, ob alles in Ordnung ist und dann siehst, dass einer der Handwerker den einen fetten Haufen in eine nicht bewässerte Toilette gesetzt hat. Das ist tatsächlich, das habe ich auch schon mal gehört, dass einer bei einer Ausstellung von Toiletten, also in so einem Laden auch in eine Toilette gekackt hat. Fenster, das ist so fensterförmig. Also recht? Echt? Wenn gestern der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat und heute der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat, wie viele Stunden sind vergangen? Zwölf? Wie viele Stunden sind vergangen von gestern bis heute, Jen? Von gestern? 24.30 Uhr. Achso, ja, natürlich, 24.30 Uhr. Ja, das ist der fucking ganze Tag fein. Oh mein Gott. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das ein Witz war oder nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher. Vivi lässt uns warten. Es tut mir leid. Übernachtest du das Wochenende bei Charlie oder soll ich dich eventuell mit Nachbarinnen und Co. und Airbnb... Ne, ich übernachte bei Charlie, äh, bei Japan-Tag. Hab mich dafür noch entschuldigt. Alles gut. Man hat einen in die Ecke gekackt und einen Eimer drüber gestellt. Ach du Scheiß. Warte mal, Peile, hast du da hingekackt? Wünschte, ich könnte das nicht behaupten. Bei mir haben manche Leute in Anfangszeit der Baustelle auch die Möglichkeit, es in Ecken geschissen. Och Gott, ey. Stand da was von Vaginatag? Du siehst auch nur, was du sehen willst und los, ne? Die Kaffeemaschine hat noch keine KI drin. Die ist noch dumm. Müsste er sich dann nicht wie der Kaffeemaschine voll gut verstehen? Geil. Ähm, ähm. Oh, das sieht ein bisschen feucht aus. Willi, du bist ein Idiot. Mir geht auch das Trinken aus langsam. Kann ich das saufen? Ich glaube, das ist zu heiß, oder? Geh halten, um zu trinken. Wetten, ich hol mir irgendeine Scheiße, wenn ich das sauf? Achso, das ist Wasser, das ist auch scheiße. Hä? Keine tödliche Krankheit bekommen? Ungewöhnlich für ein Survival-Game. Was war das? Das sah halt heiß aus. Oh. Trauen wir uns jetzt wieder, die Alerts anzumachen? Do we, do we dare? Herzlichen Dank. Ich hab grad nur diese Blume hier oben gesehen und da das so verdeckt ist von diesen Namen des Games, sah das halt einfach aus wie Titten. Do we, do we dare? Oh, was? Man sieht auch nur, was man sehen will, ne? Ganz so gar nicht, die Liebzabandbar. Okay, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Komm hier in der Sorte. Oh, was? Nein, stopp. Es ist zu viel. Ich seh doch nicht. Wer ist unten rechts? Also der ist auf jeden Fall sehr lust. Ich baue hier. Bin ich unten rechts? Und der ist ja lila, Mann. Oh, Mann, oh Gott. Ja, natürlich. Oh, warte. Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Ja, eigentlich schon. Aber ich hab auch schon öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt hat. Nein, es gab schon nicht. Oh, so mein ich's nicht. Ja, so mein ich, ich mein allgemein. Bitte, was? Oh, und das immer wieder bei Minderjährigen. Nee, ich bin 18. Juhu! Das wird, ich könnte mir gar nichts. Ich bin immer wieder froh, dass ich an Karneval nicht rausgehe, tatsächlich. Das hat mir wieder genu... Also das war schon wieder genug für mich. Ey, Pies, auch schön, dass du auch mit am Start bist. Was geht? Hi. War ja klar, dass Vivi nur Bub sieht. Ey, man sieht nur, was man sehen will. Das ist halt einfach so. Ähm, Tastaturen sauber, das siehst wohl nur, was du sehen willst. Also meine Tastatur ist sehr sauber. Das Shoshis Tastatur ist so. Worauf Vivi immer achtet, deine Gedanken gefallen mir, Dinge, die Vivi ansprechen, Blumen, die wie Bubz aussehen. Ja, Mann! Ey, als wäre ich die Einzige gewesen, der es aufgefallen ist, oder? Könnt ihr mir nicht erzählen? Ich liebste nicht, was ich singen. Die würde ich auch gerne mal live kennenlernen. Ich würde es töten. Oh, Spielzeug ist kaputt. Dream muss ab und zu rusten. Jetzt brauche ich ein neues Spielzeug. Möchtest du mein Spielzeug sein? Hm? Warum ist Suki gruselig? Ich habe Suki kennengelernt auf dem Konzert. Sehr, sehr liebe Person. Allgemein, die ganzen Streamer-Kollegen, die ich getroffen habe auf der Gamescom, will ich die ganze Zeit sagen, auf dem Konzert, die waren echt fein. Suki Iris. Ey, eh, hey, schön, dass du auch mit am Start bist. Was geht, hey? Nee, also wirklich, beim Konzert von Baloui, die Leute sind einfach, es war, es war wundervoll. Dr. Tomaten-Gurkensalat, was geht? Schön, dass du auch am Start bist. Hallo, hallo. Außer Smeggy. Hä? Smeggy Best Friend. Wir haben Vollparty gemacht. Ich habe noch nicht mal in die Ecke geschaut, bis ich es gesagt habe. Nein, nein, ehrlich, ich bin der fucking dümmste Streamer, was Kochen angeht. Nochmal kurz eben, das Problem bei den Freuds ist immer so ein bisschen diese Copy-and-Taste-Kacke. Das ist immer ein Rieseproblem, wenn die Jungs... Digga, für mich ist, ähm, hier, wie heißt das? Gras, Gras, Gras. Schnittlauch. Schnittlauch ist für mich Gras. Gras. Hat mir gerade Schnittlauch als Gras betitelt. Ich habe gerade an Marjohana gedacht. Da hat er gerade Schnittlauch betitelt. Als Gras. Und ich dachte an Weed. Ich dachte gerade so, hä? In welchem Rezept brauchst du denn sowas? Und, ähm, hier, äh, Kleeblatt. Kleeblatt? Petersilie ist Kleeblatt. Meretic ist auch ein Fisch. Okay. An Petersilie und Kleeblatt habe ich jetzt nicht gedacht. Da war ich jetzt komplett raus. Ey, Noah, willkommen zurück. Und Tweety, schön, dass du mit am Start bist. Was geht? Hi. Feuerwehr! 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 Endlich war Vivi auf Augenhöhe. Hey! Ganz ehrlich, ich habe übrigens, ganz, ganz wichtig, ich habe Klör ja auch kennengelernt, das erste Mal live. Auf dem Konzert von Baloui. Klör guckt mich so an. Und das erste, was Klör sagt, ist nicht Hallo Vivi oder so, sondern er sagt, ach Gott, Vivi, warum bist du denn so klein? Seitdem macht er sich jetzt die ganze Zeit über meine Größe lustig. Ich war gestern zu einem Stream und das erste, was kommt so, Vivi ist einfach unfassbar klein. Hat Klör überlebt? Ja, hat er. Ja, ich komme. Oberbrandmeister. Zur Bekämpfung antreten. Jawohl, Kommandant. Hilfe, Hilfe. Ja, wir kommen ja schon. Moment. Ich denke, bin dann bei Mongi heute raus, alles klar. Tweety, gute Besserung, kein Problem. Erhol dich gut. Ähm, ich habe gehört, dass er in real life gar nicht so rumschreien soll. Nee, er schreit nicht so viel. So ein Feining. Was, jetzt regnet's? Ernsthaft, wo ich der Held sein wollte, jetzt fängt's an zu regnen? Ach, hör doch auf, leck mich doch. Wo ich der Held sein will? Der Held vom Erdbeerfeld. Und rein da. Wo bin ich jetzt? Hä? Hä? Hey, Philipp, schön, dass du auch mit am Start bist, was geht. Hi, Vivi hat Sondergröße, weil sie eben ganz besonders gut ist. Oh. Ja, das ist gut. Mit Flashbang, nice. Ich habe nur 1,60 Meter so perfekt zum Gebrauch. Ja, bitte. Ähm, da. Oh, wow. Oh, Gott. Hallo, Masiku, was geht's für das auch mit am Start, bis das geht? Du warst größer, als ich mir dich vorgestellt habe, nach all dem Gerede. Ey, aber ich, du musst zugeben, ich bin schon nicht so groß. Alter, Mio, du warst auch irgendwie riesig. Das Ding war, ich komme aufs Konzert bei Baloui und irgendwie alles so 2 Meter groß. Alle. Du gehst da hin, es sind alle riesig. Du guckst die ganze Zeit so, was ist hier los? Und dann hast du Gott sei Dank noch ein paar Leute, die auf Augenhöhe sind, so wie Divi oder Lili oder so. Das war echt angenehm. Ich habe schon voll die Nackenschmerzen gekriegt, weil alle so groß waren. Ja? Also erst mal, willst du mir wirklich gerade sagen, dass wenn man sich anruft, irgend so eine komische Stimme sagt, Sonja Milchi? Ja. Oh nein. What? Ich drück auf Salutieren anstatt auf Heilen. Ich spare für meine dritte Titte. Ich wollte mir hier irgendwann so eine dritte Brust machen, weil ich glaube, mehr Bubz geben mehr Geld. Deswegen, ich mache nicht einen auf dicke Lippe, ich mache einen auf dicke Titte. Oh, okay. Oh, was? Der Hund kann Ubu sagen. Ich will das nochmal hören. Warte, der war hier ultra süß. Entschuldigung, es tut mir leid. Aber das war ja das süßeste, was ich je gesehen habe. Er hat Ubu gesagt. Oh, mein Gott. The house. In the middle of the street, the house. Er hat eine wunderschöne Sing-Stimme so rum. Warum hat er nicht auf dem Konzert bei Valuti gesungen? Scheiß mal auf Körpergröße. Vivi ist zwar nicht so riesig, aber dafür eine große Persönlichkeit. Oh, danke, Ari. Immerhin, seht ihr? 1,74 sollte es in Perso stehen. 1,78 in Wirklichkeit. Okay. Wie geil. Da Q das Owa-Dawau. Der Hund ist einfach MVP im ganzen Video. Ist so, ist so. Nein, ich werde übrigens kein Ubu machen. Ihr habt noch nicht Ubu verdient. Ihr kriegt nur Oni-Chan. Mehr nicht. Und das Ara-Ara-Ding kann ich noch nicht. Dieses Lied, Alter. For real, man hört keine Mucke. Fuck off, Roni, ist peinlich. Das ist ja auch wieder geil. Okay, also nochmal langsam, damit ihr euch das merkt. Das ist ein gutes Gedicht, das zieht immer, ja? Also, Schneewittchen hat einen geilen Po, super Titten sowieso. Täglich hat sie wilden Sex mit den Zwergen 1 bis 6. Nur den schwulen siebten Zwerg, den fickt Hänsel hinterm Berg. Wir laufen die Abongi-Runden. Jetzt, wo du gefragt hast, muss ich doch sterben. Oh ja, klar. Was hast du auch, Connor? Was soll denn das? Wie geil, ey. Katze einfach... Oh, ich hab... Ich hab... Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht den... Ich wollte euch jetzt nicht den Jumpscare hier wegnehmen. Also tun wir einfach so, als hätte ich nicht pausiert. Und wir machen jetzt einfach so, als die letzten paar Sekunden sind nicht passiert. Du auch, Connor? Was soll denn das? Katze, ganz toll. Hallo, Wollblumen und Soviati. Oh, Mann. Ja, Katze hat bei allem recht, was er sagt. Kann man nicht meinen... Vor allem hat wie ein Riesenherz. Donny spielt Dark Souls 3. Sehr lieb. Oh, hier, guck mal, richtig geil. Hier, masturbieren, ey. Einmal schön die Hose bis zu den Knöcheln runter. ja okay oh mein gott knallt doch die türen dazu zu wir haben türklinken zerfix wo kommt ihr seid ihr dort aufwachsen wo es nur vorhin gekappt oder was ist aber so mein gott jetzt machst du diese mitten in den händen also theoretisch für unseren rhythmus bin ich immer noch nackt na na und julie sind engel diese handbewegung ich glaube sie ist gekommen julie übrigens ganz ganz cute ich habe sie auch endlich mal persönlich kennengelernt auf marlouise konzert es tut mir leid dass ich so es tut mir es tut mir ich tschuldigung ich ich muss mal meine pubertieren des vivi ich aussetzen und einfach normal an dieser rein aber es war gerade schon ziemlich lustig schade der ballon ist kaputt gegangen sehr schade hast du den waschlappen gerade in die spüle geworfen ich kann stefan nicht in die spüle werfen also erik ich erinnere mich noch ich glaube es war peters 30 geburtstag da stand erik ich glaube drei stunden lang in diesem captain stand also ich saß auf der bank und er hat auf der bank gegenüber sein eines also sein penis war sozusagen direkt in meinem gesicht die ganze zeit das hat mich nicht gestört also ich kann das verstehen manche sachen sind seltsam genau das ist das feeling glaube ich ach ich bin ein bisschen okay ich hoffe ihr mögt mein hintergrund genauso wie ich ich liebe ihn ich liebe ihn einfach okay seid ihr bereit seid ihr bereit trommelwirbel bitte es ist mir immer noch super unangenehm ich sag's wie es ist ne es ist mir immer noch unfassbar unangenehm ich habe wirklich in dem moment einfach gedacht so ja alles klar so müssen sich männer fühlen wenn wenn sie wenn sie erst mal geprahlt haben dass ihnen drei zentimeter ding haben und im bett da nicht wirklich vorankommen so ich ich ja fühle ich also ja ich glaube genau so müsste es sich angefühlt haben das war die falsche schüssel boah das sieht aus wie eine bau so ah ah mit punkt oder komma kannst du springen ein paar frames zurück und vor das ist das ist richtig mies manche aus dosen fast immer in der flasche habe ich das letzte mal gesehen wie gut du die hast das erste mal geöffnet hast nee guck mal das ist nein das ist nicht wahr und abgespritzt ja mir hat heute die limette ins gesicht gespritzt war heute wieder richtig ja geil wenn ich immer tierchen töten aber die greifen mich an speichern ja die idee speichern gespeichert oh nein ich hab laden gemacht ne vorsicht du könntest du jetzt auch in die map rein backen was wie wie darum ist das video nicht drin da wollte zu viel liebe geben ich komm wieder her und glaube bis die ist gekommen man dann bin ich heute schon raus ich wünsche noch viel spaß ey stricker ich wünsche dir noch einen schönen abend ich weiß nicht ob du jetzt arbeiten gehst aber mach's gut danke fürs reinschauen und hallo la malina schön dass du auch mit deinem start bist was geht ach das wird mir doch niemals sagt niemals nie aus einem grund dass es vielen schon passiert dass die gesetze der physik nicht mehr gelten ist ja an den mund das gesicht gehauen ist doch nicht so nah ja dann lieber haus orientiert bitte da ist doch nicht so gut oh gott es ist gar nicht gut hallo ach du scheiße oh nein jetzt sehe ich was ich gemacht habe das ist gar nicht gut ja guck oh die fahren auto ist ne ganz oder ist es ein schwarzen oder ja die fahren auto und was die mehrzahl von schwan 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 das schwäne ist doch die mehrzahl von schwan und nicht schwanz der ist gut hallo marcel wie geht sie stets schön dass du auch rein schaust den rückwärtsgang beim pferd ja sie hat wahrscheinlich einfach die falschen tasten in der hand gehabt würde ich jetzt einfach mal behaupten das ist das für ein spiel mich selbst schlagen gehirnerschütterung achte auf deine gesundheit du bist tot ich hab mich selbst getötet die sehen sich sehr ähnlich hier er sieht aus wie so ein exzentrischer künstler den würde ich ich würde ich würde eric hier auch in so einer art gallery sehen und so sagen so ja dieses kunstwerk von ist ein ausdruck unserer heutigen gesellschaft es ist so ich finde auf dem bild sieht er auch so aus wie so ein künstler dude so ein kunstkritiker oder sowas man muss das eklat kommunizieren hast sowieso so auf dem level mit check black ist so oder ist ganz unten sehr nice kiro sehr nice sagen wir uns spielten grad jeder tombraider remastered ist es gerade erst rausgekommen oder was wollen wir anstoßen heute an das heute das wollte kochen und dann nicht letzte woche nicht angestoßen haben ja auch so geguckt was nicht sagen was habe ich gemacht was habe ich gemacht ich habe kein abgefressen können wir das sehen wollen wir anstoßen heute an check auf die büse das wollte kochen und dann nicht letzte woche nicht angestoßen haben ja doch das war habt ihr das gesehen als näher angesucht wurde hat den jünger wir haben als videobeweis und chillian schön dass auch mit am start ist was geht was habe ich gemacht was habe ich gemacht ich habe kein abgefressen das ist ja gerade voll den ab ist ja auch mal hallo sagen so wenig alkohol im glas das kochformat einmal jedes mal lustig ich komme nie dazu zu gucken dann sagt euch heute auch wieder hallo aber ich finde jenian ist auch so eine mega sympathische person da ist die kamera du hast im chat zu gezwinkert nur in die richtung zeigen auch die gleiche ist komisch wie so ein spalier ich sehe es gerade ich habe sie mal ich danke für das abo 21 monat vielen lieben dank für den fett und support das ist schon so lange mit am start bis bald zweijähriges zwei imagine du hältst mich schon zwei jahre aus das ist magnetisch da können wir männer gar nichts dafür ganz ehrlich bei schönen boobs gucke ich halt auch gerne hin also ich meine was soll man denn machen aber ja ich verstehe das auch dass man es ja aber es manchmal ja also ich muss auch zugeben bei männern wenn die geile oberarme haben ich achte da schon stark drauf es ist für mich glaube ich so das boob ding was haben wir hier hoch was haben wir hier ok warum war noch zeitlupe eingestellt ja schöne augen auf jeden fall viel wichtiger es gibt mir die armbrust ja wirklich jetzt ist ich lustig das reicht jetzt gibt mir die armbrust warum werden jetzt wieder gelacht weil ich gesagt habe dass die oberarme geil findet das einzige was ihn stört ist die zeitlupe ja oder dass ihre hand denn an ihnen boobs hat noch mehr bitte noch mehr kommt doch alle hermann und sagt die umfrage wer benutzt die strandmatte war es 20 leute nicht das kann nicht sein ich rieche so oft an männern nein nicht an ach deswegen ich rieche oft an männern wieso strandmatte da diese das hätte ich jetzt gerne gewusst klippi ich hätte jetzt gerne gewusst in welcher kombination strandmatte mit ich rieche gerne an männern steht ich finde hier gar keinen zusammenhang ich habe auch eine strandmatte ich finde es immer sehr geil ich habe so eine strandmatte wenn man das sand drauf gießt fällt der sand nach unten durch und dann wird das handtuch nie sandig ich will den beat don't you wish your girlfriend was hot like me don't you wish your girlfriend was a freak like me don't you was ist denn mit sonja los weißt du was ich geb dir gleich ein loch und zwar ein zweites in dein arsch ich verstehe es noch nicht mal was ist das milchbaum dating simulator es ist ganz schön spät geworden level 4 das sofa erstens also jetzt loch zweitens stimmt ich sollte gehen drittens was für eine zeitverschwendung viertens ich schlafe hier fünftens du kannst mich nach hause fahren ich habe da auch ein game das ich bald spielen will ein dating game aber das ding ist ist das so informat ich habe keine ahnung ich weiß nicht was es ist aber das erinnert mich gerade daran dass ich übrigens demnächst wirklich wenn es rauskommt ein dating game spielen will und es kommt bald raus weil erstens es ein anime ding ist zweitens es einfach 80 euro kostet in der deluxe edition und drittens es ab 18 ist und ich wissen will warum es ab 18 ist und das ding ist ich weiß noch nicht ob ich das on stream spielen kann sollte das der fall sein vielleicht das ding ist es auf englisch und ich weiß noch nicht ob ich es auf englisch im stream spielen kann weil es für mich tatsächlich sehr schwer ist also wenn ich jetzt nur das spiel spiele und englisch lese ist es für mich einfach aber wenn ich die ganze zeit zwischen englisch und deutsch hin und her switche killts mich genau 80 flocken 50 im einzelding kommende woche dienstag ja 80 euro für den dating simulator ja ich sage jetzt nicht wie das spiel heißt aber ich will halt wissen warum es ab 18 ist also ich habe ein bisschen vorschau angeguckt und es wirkt schon sehr sehr pervers ja also sehr also ich glaube man spielt da ein porno wie wir oft dass den trickster ähnlichen charakter daten kann für 80 euro nein jillian deswegen also ich bin übrigens immer noch sehr gebrochen von hooked on you es gab ja diesen dating simulator von dead by daylight wo ich auch überlegt habe ob ich den mit euch spielen soll einfach so aus spaß können wir übrigens noch machen ich hätte irgendwie schon bock aus fun dieses game zu spielen das ding ist du kannst du trickster nicht daten ich will aber den trickster daten ich bin sehr entsetzt ich habe irgendwie noch gehofft dass immer ein update reinbringen dass man trickster daten kann und der nicht nur so reinkommt und sagt hey ich bin der geilste und geht wieder und was kannst du dann daten die huntress spirit den geist und ich glaube den trapper oder sowas wer will denn so wie man daten den hottesten boy den sie besitzen der kommt nur kurz rein um einen zu sagen so ich bin geil und geht wieder ja dankeschön was ist das jetzt eigentlich noch mal von vorne ich will jetzt wissen was abgeht warum hält sie hier den finger hin hat es so ein ding hast weißt du was ich geb dir gleich ein loch und zwar ein zweites in deinen arsch vor ekelhaft weißt du was verschwinde oh mein gott was habe ich mir mit gott los weg was ist denn das für ein game gewesen dass sie gespielt hat kann es jemand für mich herausfinden wenn es ein live action hinter ist bin ich raus bin ich dabei wie wir mongas kannst du den trickster daten nie kann ich nicht nicht den richtigen tricks ist da leid ich will das auch mit am start bis was geht wir müssen das ist doch dbd da kenne ich mich aus da bin ich profi drin ich fühle das so sehr den trick muss ich mir merken oh mein gott leute merkt euch diesen trick der ist richtig gut normalerweise mache ich den trick dass ich über das fenster drüber springe zur seite gehe der killer drüber springt und man dann einfach von der seite wieder ins fenster geht und zurückspringt das funktioniert voll geil und er steht so da und weiß gar nicht was er tut hallo alle zusammen ich bin es die mayo ich bin normalerweise auf meinem channel aber heute bin ich hierbei weil ich habe den namen vergessen wird auch interessant war hier werden schienen noch ausführen ach ja ja und das soll ich ihnen glauben ja ist wirklich so das ist einfach der fehlende sauerstoff das ganze das problem ist also die sache ist ich atme man denkt sich die ganze boah die redet so viel wann atmet die mal problem ist weil mein mund halt nicht mehr dazu kommt zu atmen übernimmt das mein arschloch aber deswegen übernimmt mein mund auch die funktion meines arschloches und deswegen rede ich nur scheiße steckt sie sich dann auch das essen in den arsch in dieser southpark folge wo irgendwie so heißt man kann sich essen in den arsch stecken und kack dann durch den mund geil so tinker jetzt du aber was wurden gemacht ich habe was wurde hier gemacht ich muss noch mal kurz gucken ich habe das nicht gesehen krass ok so wie wir jetzt du ich krieg maximal vielleicht ein bein hinter den kopf ich bin mir nicht ganz sicher weiter geht nicht auch gott ich glaube ich habe eine zerrung geholt ab 30 macht es nicht mehr macht es nicht mehr ab 30 funktioniert so was nicht mehr ist okay so tinker jetzt du bestellt neue bandscheibe ich gehe mal direkt auf amazon aber das ist so lustig war doch klar dass es nein ich sitz nicht mit nein aber sie sagt das ist nice stellt euch mal vor ich hätte jetzt ein date mit dir ich möchte dich so ein bisschen an flirten ja und dann zeige ich euch jetzt mit welchem blick ich das mache ich bin gespannt ja direkt alle ja auf jeden fall direkt bin ich bereit ach so bist du das das bin ich okay weil ich nämlich deinen namen nicht sehe deswegen ach so ich bin des geist wahrscheinlich deswegen keine ahnung ich sehe deinen namen aber auch gerade nicht das backt scheinbar gerade ein bisschen wir sind ja auch gar nicht in einem team echt was ist mit euch so stimmt ja einmal mit profis während der fahrt bitte dich mit dem fahrer sprechen also ich habe keine ahnung von dem spiel die leute sagen du hast deine fracht vergessen ich habe meine fracht nicht dabei wie göttlich ist das denn oh mann ich muss mal wieder meine meine filter installieren ok 10 minuten aber für mich stellen hat mir gerade was vom doktor in den ofen geschoben aber war er hat eine pizza in röhre aber wieso vom doktor ich habe jetzt tatsächlich für einen kurzen moment sehr pervers gedacht neue woche neuer fuß content ja wenn ich dir das sage bekomme ich einen fuß noch hinter den kopf so gerade so ja du bist ja auch sportlich dumme ich habe mich seit jahren nicht mehr bewegt wenn du eine kartoffel wärst dann wärst du eine kartoffel äh eine gute kartoffel so flirt ich würde sagen wenn du eine kartoffel wärst dann wärst du eine kartoffel dankeschön wie lange möchtest du fallen ja was ich doch damals gefragt habe ob man ähm da es sich ja scheinbar um einen doktor handelt ist ja wie wenn ich vergesse dass ich mit der freundin unterwegs war was marcel der weihnachtsbaum ist da ja der ist schon eine geile stimme finde ich auch das sollte gute nachtgeschichten vorlesen ich kann heute eh nicht was ich bin leider astro next time wie war es um 40 cm an deinen kleinen körper äh pizza ja bisschen cocky sein hier nix langsam schlaufen so sportlich bin ich aber ich irgendwie so ein bisschen ja habe ich da jetzt bock drauf oder ja aber aber am ende des tages war dachte ich mir dann so ja komm let's go ich habe das ja noch nicht mal ausgesprochen ich war noch lass mich ausreden ich war noch beim j da geht der kofferraum auf alles klar kein problem ich bin kein ihm nimmt ihre tasche raus und folgt die richtung haustür das ist wartet mal hallo denne 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 die klingt wie ein energy getränk hat er nicht das letzte mal schon rumgeheult dass der name falsch ausgesprochen wurde der arme ist gebrochen der ist einfach gebrochen ich dachte ich bin da neben den rücken rum folgen wir auch auf all meinen anderen social media kanälen hast du noch andere ja ich habe instagram joint auch dem discord so und dann würde ich sagen jetzt kamelle auf die plätze oh nein oh nein zu spät was denn wir sind schon geradet das ist wie so ein oh nein ich bin schon gekommen was ich war aber noch nicht fertig geile folge geht auf jeden fall ins originalvideo rein lasst einen daumen nach oben da ist auf jeden fall wichtig und richtig abonniert das ganze ding und wenn ihr übrigens geile clips von mir macht immer gerne hier auf www.streamclipsgermany.de einschicken und gerne für die videos auch immer alle voten damit meine videos da auch reinkommen und die leute dann sagen können alter was ist denn das für eine dumpfbacke genau das möchte ich haben dankeschön wir wechseln jetzt zu community